So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eine kleine Infofolge, denn eigentlich sollte heute eine Forschung kommen. Eine Forschung mit Ticket, eine Forschung, genial, eine Forschung, oh mein Gott, vom NetGhost, das ist die aktuelle Amazon Prime Gaming Forschung, aber so verschiebt sich das halt, das Zerude verschiebt sich auch. Da muss ich morgen eh erst noch die Raids fertig machen. Was aber jetzt gestern angekündigt wurde, ist schon wieder das nächste Event. Ihr habt ja eine richtig supergediale Übersicht, sizable surprises, ja, oder auf Deutsch eben im offiziellen Blog, angemessene Überraschungen. Ich finde es immer noch schade, dass hier das alles nur noch in Textform vorliegt. Es sieht halt langweilig aus, man kann sich nicht wirklich was darunter vorstellen, aber damit arbeite ich, weil das halt einfach die offiziellen Sachen sind. Und ja, ihr habt es aber auch hier übersichtlich auf der Grafik, auch wenn ihr dann den Namen vielleicht nicht kennt oder manche Sachen schlecht erkennt wegen euren Augen. Wenn ihr Augen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten ist das das Bild. Das könnt ihr euch, keine Ahnung, ist im Fanshade bei uns, fliegt das rum. Oder halt genau, auf Reddit, Silfroth, keine Ahnung, irgendwas. Wir machen jetzt aber hier mit den offiziellen News die Info. Angemessene Überraschungen. Ist schon wieder ein Event, was angekündigt wurde. Wir haben ja jetzt gerade das Zerude-Event. Und am 4. April startet dieses hier. Donnerstag, 4. April, 10 Uhr bis Dienstag, 9. April. Es ist leider so, dass die jetzt immer Sachen raushauen, die zwei, drei Wochen noch hin sind. Und man dann gar nicht mehr weiß, um was ging es da überhaupt. Aber man möchte ja vorab schon mal informieren. Dann könnt ihr euch Urlaub nehmen, extra in der Woche, wenn das Event kommt, weil das Event so toll ist. Angemessene Überraschungen. Wir sehen hier auf jeden Fall Weimar, wir sehen Reißlaus, wir sehen Katagami, Kargoron. Katagami auf jeden Fall der beste Pflanzenangreifer der Welt. Auch wenn der übelst Kacke einfach fabelhaft zu treffen ist. Kargoron, die Klobürste, finde ich ja irgendwie cool. So, der Bruder von Riggis Deal ist aber jetzt nicht so nützlich. Hat höchstens GBL-Anwendungen, aber ich glaube da auch nicht so krass. Und dann sind die ja eh mal regional aufgeteilt. Und was das mit Weimar auf sich hat, diese rund gelutschte Kugel da, das sagen wir euch jetzt. Eventboni. Während dem Eventzeitraum, 4. April, 10 Uhr bis 9. April, 20 Uhr, habt ihr doppelte EP, wenn ihr Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt. Könnt also ein bisschen leveln. Erhöhte Chance auf wilde XXS und XXL Pokémon. Also sehr kleine und sehr große. Erhöhte Chance auf schillernde Weimar. Also, Weimar gibt es ja schon seit dem allerersten Wasserfestival, was wir glaube ich hatten, oder seit dem zweiten, als Shiny, was da wieder so rosa ist oder lila oder wie auch immer. Und jetzt ist das eben Shiny erhöht, die schillernde Variante erhöht. Wer noch keins hat, sollte da ein bisschen spielen, um das zu kriegen, wer das braucht. Der Bonus übt sich nicht auf den Fang-EP-Bonus vom Community Classic im April aus, der ja mit Kindwurm ist. Da gab es auch ein extra Video dazu. Gilt halt nur für das Event. Alles, was die drei Stunden Sieder ist, ist dann extra. Wilde Pokémon. Hier sieht man ja die wilden Pokémon. Hier lesen wir sie. Mit etwas Glück könnt ihr zum ersten Mal schillernden Reislaus begegnen. Reislaus wird ja hier oben auch als Shiny-Debüt angezeigt. Ist dann halt eben eher so rot, statt so lila. Ist interessant. Okay, könnt ihr auch entwickeln. Ansonsten, was gibt es denn? Diktar, Mandax, Walmer, Watzapf, Zappladin, Wommel, Reislaus, Flannival. Mit etwas Glück, aber auch Onyx und Relaxo. Was ist für mich jetzt hier sinnvoll? Hm. Eigentlich nichts. Man könnte Onyx jagen, wegen Mega-Starlos oder so. Wenn man da noch was braucht. Flannival habe ich ein 100% damals bekommen aus der einen Forschung, was mit dem Ticket gegiftet wurde von Dulli Squad. Das würde ich gerne auf Level 50 ziehen. Ich würde also wahrscheinlich ein paar Flannival-Bonbons sammeln. Ansonsten brauche ich von dem Rest eigentlich nichts. Relaxo, wer noch keinen Shiny hat. Das ist ein cooles Pokémon Generation 1. Nimmt man immer mal gerne mit. Ja, Watzapf ist GBL relevant auch. Und mich spricht davon eigentlich schon gut wie wieder nichts an. Also die momentanen Events auf dem Habanero-Account, wenn du da so, du hast eigentlich nichts. Die Shiny-Suche ist für mich ja auch momentan eigentlich wurscht. Raid-Kämpfer. Mit etwas Glück könnt ihr in Pokémon Go außerdem zum ersten Mal schillernden Kargoron und Katagami begegnen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das wäre dann neu. Hier oben steht ja auch Shiny-Debüts. Bei Kargoron sehe ich jetzt gar keinen Unterschied gerade. Bei Katagami, das ist dann auch ein bisschen rot hier, wo es so ist. Also es sieht alles wieder sehr unspektakulär aus. Aber ihr habt in Racer Stufe 1 Das ist wieder kompliziert, weil wenn ihr nur das eine raten könnt, müsst ihr bei dem anderen Fan-Rates machen eingeladen werden. Das ist wieder teuer. Da ist die Shiny-Suche wieder richtig bekloppt. Raids für Zuschauer würden sich da anbieten. Wer sagt, er hat keine Möglichkeit eingeladen zu werden, kannst du vielleicht das andere Mal anbieten, was es bei uns nicht gibt. Und eben da Shiny-Suchen machen. Das wäre vielleicht interessant. Und in den Mega-Raids ist Mega-Glurak X. Ist das jetzt hier auch aufgezeigt? Hier sieht man die Einer, hier sieht man die Dreier, hier sieht man die Fünfer. Und bei uns müsste... Weiß ich nicht. Wo sind wir denn? Sind wir Norden? Sind wir Süden? Bei uns war immer Katagami und Kargoron war immer woanders. Wenn das jetzt immer noch so ist, dann ist das wohl so. Mega-Glurak habe ich schon entwickelt. Bräuchte ich jetzt auch keine Mega-Energie unbedingt. Wenn Katagami da ist, ist es wie gesagt ein guter Pflanzenangreifer. Ich habe bisher noch keine Pflanzenangreifer auf dem Habanero-Account so großartig ausgewählt. Könnte ich vielleicht ein paar Katagami-Raids machen, mir da was suchen. Pokémon bei Feldforschungen. Bei dem Abschluss von Aufgaben, Feldforschungsaufgaben, bekommt ihr auch Onyx, Relaxo, Valma, Zabladin, Wommel, Reislaus. Kann auch alles Shiny sein bis auf Zabladin. Es gibt wieder Sammler-Herausforderungen. Am Ende gibt es Simi-Bären, Sanana-Bären, EP-Begegnungen mit Reislaus und Valma. Und natürlich Pogestop-Showcases. Was es nicht gibt, ist ein Ticket. Hier steht zumindest nichts, was ich sehr gut finde. Heißt, weniger Arbeit für mich. Ich muss weniger Videos machen dann in der Woche. Und kann endlich die alten Videos, die ich habe, mal rausbringen. Aber dann werden wahrscheinlich wieder 300 Events angekündigt. Und dann wird das auch wieder nichts. Ich bin doch immer noch die Road to Level 50 Videos am raushauen. Die einzelnen Level. Denn Level 50 ist erreicht. Aber ich hatte euch ja mitgenommen und versprochen auf der Reise, dass ich die einzelnen Level-Ups abfilme und Tipps gebe. Und zeige auch, wie ich das großartig dann so gemacht habe. Und was da nochmal für Aufgaben dabei waren. Also, Reislaus neu als Shiny. Kargoron Katagami neu als Shiny. Das wird aber wieder kompliziert. Also, das eine, was nicht so interessant ist und dann nicht bei uns ist und dann so teuer ist. Das ist wahrscheinlich kaum ein Anreiz Katagami bei uns. Bester Pflanzenangreifer und eben als Shiny neu. Da werden viele Leute Bock haben zu raiden. Auch eben mit den grünen Pässen. Und weil das auch was ist, was man gefühlt auch alleine im Solo gut machen kann. Ja, ist das was, worauf man sich eigentlich ein bisschen freuen kann. Ansonsten sind die Spawns für mich nicht so interessant. Weiß ich nicht, wie es bei euch aussieht. Schreibt es mal rein. Habt ihr Bock auf angemessene Überraschungen? Worauf freut ihr euch? Was sind eure Ziele? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ein bisschen hin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ich muss nämlich gleich das Muttertier abholen. Und heute Abend ist auch nochmal eine Premiere mit dem Muttertier. Aber eine alte. Und mal gucken, was wir dann am Wochenende hier so machen. Morgen Raid Day mit Groudon. Da werde ich wieder unterwegs sein. Meine 14, 15 Pässe da unterwegs wegmachen. Könnt ihr dabei sein im Stream. Macht da mit hin und her. Raids für Zuschauer am Wochenende weiß ich noch nicht, ob wir machen. Könnte man machen. Müssen wir nicht, wenn die Mama da ist. Vielleicht will ich auch die Zeit anders nutzen. Mal gucken. Das war's. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.